Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich berüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den teuren der beiden Waterdrop-Adventskalender. Der hat nämlich 129 Euro gekostet. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Das könnte deine Frage beantworten. Alexa, stopp. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, manchmal möchten hier auch ein paar Zuschauer mit dabei sein. Nicht nur mein Hund Sammy, sondern auch die Lady von da vorne. Okay, also, der Waterdrop-Adventskalender kostet 129 Euro. Ich habe ihn mir gekauft, also das ist jetzt auch keine Kooperation. Ich hatte mal eine Kooperation mit Waterdrop und mag die auch nach wie vor sehr gerne. Und habe mir jetzt einfach mal gedacht, komm, das wäre doch eine ganz coole Nummer, wenn ich mir dieses Jahr den wieder angucken würde. Jetzt habe ich mal den Adventskalender von seiner Umverpackung befreit und sieht das nicht hübsch aus. Also wirklich eine wunderschöne Box. Wir haben hier nicht nur diese Dropskis, die Waterdrops drin, sondern auch so Non-Food-Artikel, so Flaschen und so weiter. Und wir haben verschiedene Ebenen, deswegen, das ist nicht das Einzige, was hier drin ist. Hier habe ich zuallererst die Nummer 1. Oh, das duftet. Wir haben, oh, eine richtig schöne Duftkerze hier drin. Ja, essentielle Öle mit Duft steht hier. Also ich weiß nicht genau, wie hier jetzt die Bezeichnung von der Kerze sein wird. Ich wusste auch irgendwie. Doch, die hatten auch letztes Jahr eine Duftkerze, ne? Es ist sehr würzig, fruchtig, beerig, mag ich. Ich denke, hier bekommen wir in der Nummer 2 unsere ersten Drops, denn so hört sich das an. Ja, es gibt auch neue Geschmacksrichtungen, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Ich habe mir auch ein paar neue bestellt. Und hier habe ich Coco Pinya, Coconut Pineapple, also Kokosnuss und Ananas. Und hier sind einfach Microdrinks drin. Genau, das dürfte auch eine große Packung mit 12 Stück drin sein. Wer die Waterdrops noch nicht kennt, das sind halt einfach so Drops. Und die schauen dann einfach so aus, sind dann halt in so einem einzelverpackten Gedönsen. Dann kann man sich den nehmen. Ich habe jetzt hier einfach noch ein halbes Glas Leitungswasser, kann ich jetzt hier mal zu Demonstrationszwecken für euch mal reinmachen. Und dann löst sich das halt auf und dann hast du Geschmack mit Wasser. Finde ich ganz gut. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ach, guck mal, hier haben wir so Deckel drin für die Flaschen. Was das jetzt, weiß ich noch gar nicht. Ne, das sagt mir jetzt so nichts. Und halt so ein, ja, Draufdrehdeckel. Wahrscheinlich kann man das dann genau so da drauf drehen. Interessant, ne? Ja. Hier haben wir die Nummer 4. Und auch das Boxendesign gefällt mir, ne? Das ist wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet. Ich bin ehrlich, ich würde das hier jetzt eher so als Füllmaterial bezeichnen. Weil wir haben hier einen Kugelschreiber von Waterdrop drin. Ist hübsch, also, ne, ist ganz cool. Hier hast du irgendwie eine rote Mine. Die ist aber wohl schon ausgelaufen. Ich nehme mal hier so ein Blotting Paper. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Oder war das jetzt einfach nur... Ne, das ist Quatsch. Das war nicht ausgelaufen. Das ist extra so ein Verschluss, damit der nicht austrocknet. Oh, und der malt schön blau, ne? Zu Demonstrationsfänge auf dem Blotting Paper. Und dann hast du noch eine Ersatzmine mit dabei. Also, ich werde es verwenden, weil ich halt viel schreibe und so. Aber, ja, hätte jetzt... Das ist jetzt wirklich Füllprodukt, ne? Der 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus. Hier ist noch mehr Non-Food. Also, bislang haben wir wirklich nur einen Waterdrop-Gedönsen gehabt, ne? Das ist gut, weil die wahrscheinlich auch werttechnisch nicht so hoch liegen, wie zum Beispiel eine Kerze. Hier haben wir... Aber das finde ich ehrlich gesagt cool. Ist jetzt ja auch mega angesagt, ne? Für eine Tasche ein extra Gurt. Und das ist ein wirklich schönes Beige. Und hier kannst du es halt so dran machen. Na, das ist schon hübsch, ne? Das hat auch so Gold-Applikationen. Ja, braucht man halt nur eine Tasche, wo man es dran machen kann. Vielleicht haben wir ja Glück und die Tasche ist mit dabei. Das weiß man ja nicht, ne? Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Also, für Nikolaus ist die Nummer 6 ganz schön klein. Ja, mit diesen Flügelchen kannst du die Stahlflaschen von den Waterdrop-Flaschen oder generell von... Also, irgendwelche Stahlflaschen, so Thermoflaschen reinigen. Man hat es halt relativ häufig, dass wenn du da zum Beispiel so Tee oder halt auch Kaffee oder so reinmachst, dass sich das so am Boden absetzt, ne? Das jetzt in Nikolaus... Ja, gut. Kann man machen, ne? Ja. Ist aber praktisch. Dörren mal. Die Nummer 7. Hier haben wir wahrscheinlich wieder Waterdrops drin, weil die sind vom Gewicht her... und von der Größe her sehr passend, genau. Und zwar haben wir hier drin enthalten den Micro Drink Hydration Cubes with Real Tea. Ih, ich habe hier ein Haar. Das nervt mich. Ja, Ice-Tee Peach mag ich sehr gerne. Hier sind auch wieder 24 Stück drin, äh, 12 Stück drin, ne? Das ist auf jeden Fall gut, weil ich glaube, viele mögen halt genau diesen Geschmack auch, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kocht, aber es rappelt hier viel mehr im Karton. Ach, das ist praktisch. Das sind so, ähm, Ice Cubes. Also, es ist auch in so einer, äh, relativ billigen Verpackung, ehrlich gesagt. Aber das ist total cool. Also, die packst du dir einfach in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach und die sind aus Metall. Und, äh, dann machst du die einfach ins Getränk. Und dann hast du halt dein Getränk gekühlt, ohne dass sich da irgendwelche Eiswürfel oder so auflösen. Und ich finde, das passt auf jeden Fall zu Waterdrops. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Riesiges freuen, vielleicht über unsere Tasche. Kann man machen. Das ist halt so ein Überzieher, ne? So ein Thermo-Überzieher für die, ähm, Flasche. Und das hier ist im selben Design, was ich cool finde, wie, ähm, diese, äh, ne? Dieses Taschending, ja, ne? Ähm, ich muss gestehen, ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie wirklich in Anwendung genommen. Äh, ich habe einfach immer so die Flasche genommen, weil ich jetzt eigentlich, wahrscheinlich, wenn man wirklich draußen ist und dann was Gekühltes da drin hat, ne? Aber habe ich jetzt so für mich persönlich einfach noch nicht gebraucht. Und ich habe mich so gefreut, die 9 ist riesig, oh. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Jetzt hauen sie aber ein paar mehr Drötskis raus. Und zwar habe ich hier den, oh, den kenne ich auch noch nicht, doch, den kenne ich wohl. Aber Blueberry, ähm, das ist auch cool mit, äh, ja, Vitamin und Zink. Das, ähm, ich trinke es für den Geschmack. Nicht, weil ich gesünder dadurch werde, ne? Ähm, Microlite und, äh, da sind drei Stück drin. Das ist auf jeden Fall so eine kleine Probegeschichte, ne? Aber ich finde es gut. Also, ne, einfach, um auch mehrere Geschmäcker hier drin zu haben, finde ich das auch okay, wenn dann auch mal so diese drei Dinger dabei sind. Wenn dann ab und an auch diese 24er dabei sind und gute andere Produkte, dann passt das schon. Ja, die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist auch wieder sehr groß, aber sehr, sehr leicht. Sowas ist praktisch. Das ist für, äh, einen To-Go-Becher kannst du das ja wahrscheinlich auch ganz gut verwenden, ne? So einen Deckel und dann kann man den drauf machen und dann kann man daraus trinken. Jo, also wir haben jetzt echt ganz schön viele Deckel. Jetzt brauchen wir mal so langsam eine Flasche. Halbzeit. Die Nummer 12. Ja, das ist auch so ein Dreier-Ding und das ist Nero. Das ist total lecker mit, äh, Schwarzbeere und Cola-Nuss. Ja, also ich finde das sehr, sehr lecker. Das gibt auch tatsächlich so einen kleinen Koffein-Kick. Was ich hier immer so ein bisschen zu bedenken gebe, das färbt euch halt auch wirklich das Gefäß so ein bisschen ein. Also das ist wirklich ein schwarzes Getränk, ne? Ganz witzig. Und ich kann jetzt ja mal zwischendrin hier meinen Pineapple-Coconut-Pina-Colada für Arme trinken. Das schmeckt ganz geil. Hm. Hm. Aber ich bin auch jemand, ich esse ganz gerne Kokos, ne? Das ist schon meins. Und das gibt mir gerade jetzt in diesem weihnachtlichen Vibe eigentlich sehr sommerliche Vibes. Und jetzt gucke ich mal auf den Tisch. Theoretisch, theoretisch müssten wir jetzt ja 65 Euro hier liegen haben. Nö. Haben wir definitiv nicht. Also da haben wir unseren Wert noch lange nicht raus. Mal sehen, ob die Nummer 13 uns da ein bisschen weiterhelfen kann. Das ist ganz cool. Das ist so ein Thermobecher. Das kann ich mir jetzt auch fürs Homeoffice sehr, sehr gut vorstellen. Also vor allem für meinen Freund im Homeoffice, weil der trinkt sehr oft kalten Kaffee dann. Oder halt auch für mich. Und da kann man dann diesen To-Go drauf machen. Das ist dann auch ganz praktisch, dann schwappt nichts weg. Das ist jetzt nicht super dicht oder so, weil du hast hier den Auslauf, ne? Aber ich glaube, dass es dann noch länger warm hält. Und wenn man dann wirklich in einem Meeting ist, ne? Kommt das ganz gut. Ne, also ich finde es gut. Das ist auch aus Metall, ne? Das ist schön. Die Nummer 14. Da haben wir wahrscheinlich wieder so ein Dreier drin. So blöd formuliert, ne? Flair, die mag ich sehr gerne. Mit Himbeere und Elderblume. Drei Stück sind hier drin enthalten. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Das mag ich gerne. Schön fruchtig, ne? Und ja, mag ich. Ganz interessant. Wir hatten bislang noch kein Micro-Tea oder sowas. Weil das ist jetzt sonst wirklich in der Weihnachtszeit auch immer ganz praktisch, ne? Dass man dann halt wirklich diese Micro-Drinks auch als Tee so trinken kann. Ist auch mal eine ganz schnelle Geschichte. Finde ich gut. Braucht nämlich keine Ziehzeit. Hier habe ich jetzt die Nummer 15. Ja, auch das ist jetzt für mein Empfinden ein Füllprodukt. Weil das ist so ein Kästchen, da kannst du dann deine Waterdrops reinpacken. To go, ne? Wenn du irgendwo hingehst. Die sind ja schon eingepackt. Die brauche ich nicht. So ein Döschen für. Aber gut. Da verliert man die einfach weniger in der Tasche, die noch irgendwie ihren Gurt haben möchte. Ja, wie gesagt, ist eher so ein Füllprodukt. Ist ganz hübsch. Aber brauche ich persönlich jetzt nicht so. Ich würde da vielleicht einfach Schmuck reinmachen, wenn ich in den Urlaub fahre oder so. Die Nummer 16. Jetzt hauen sie aber ganz schön viele von diesen Waterdrops raus, was ich gut finde. Hier haben wir den Micro Drink Iced Tea Blueberry. Wie cool. Da sind zwölf Stück drin. Ja, und Blaubeere mag ich, ne? Das ist sehr erfrischend und sehr... Ich mag dieses Fruchtige. Das ist meins. Wir haben 25 Boxen hier drin. Sehe ich gerade denn unter der riesigen Nummer 17 hat sich auch noch eine riesige Nummer 25 versteckt. Haben wir vielleicht doch eine Tasche hier drin. Das wäre cool, ne? Ich habe mir den Inhalt nämlich nicht so wirklich durchgelesen. Das ist so ein Jutebeutel, glaube ich, oder? Ja. Die sind, glaube ich, immer auch in den Adventskalender. Die verwende ich aber auch wirklich. Finde ich großartig. Ist eine nachhaltige Geschichte, ne? Dann spart man sich halt einfach, dass man sich diese Plastiktüten im Supermarkt mitnimmt. Und das ist einfach so ein schöner Jutebeutel. Ich mag sowas. Ich finde, das ist auch eine gute Qualität. Sehr schwer, sehr dick auch. Und das mag ich. Mit den Vögelchen drauf und den Blumis, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Der ist sehr leicht. Oh. Ja. Gut. Braucht man, ne? Ist auch so eine Reinigungsbüste. Haben wir die nicht jedes Jahr drin? Glaub schon. Also manche Sachen, die sind halt wirklich alte, bekannte. Ja. Füllprodukt. Hat aber natürlich auch seinen Wert. Das ist mir schon bewusst. Aber, ähm, ja. Also bei Beauty Adventskalendern für 129 Euro bin ich streng. Dann sollte ich das bei dem hier ja auch sein. Also dementsprechend, ich erwarte einfach mehr. Dann gucken wir mal, ob die Nummer 19 uns da ein bisschen glücklicher macht. Aber hier wird dann wahrscheinlich, ja, Dröpskys drin sind, drei Stück, ne? Ja. Und zwar in der Geschmacksrichtung. Äh, Pineberry Passion Fruit. Sehr, sehr lecker. Mag ich auch sehr gerne tatsächlich. Auch sehr fruchtig. Aber wir haben gar keinen Micro-Tea hier drin. Gibt's die gar nicht mehr dort? Der 20. Dezember eröffnet immer so den Sprint Richtung Heiligabend. Und hier haben wir irgendwas anderes. Ja. Den hab ich auch schon. Das ist so ein Ständer. Also wenn man den Adventskalender schon mal hat, ja, falls sie zwischendrin läuft, ne? Ähm, dann sollte man vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken, ob man die ganzen Sachen nochmal braucht, ne? Ein paar Sachen sind ja neu, aber das ist so ein Ständer. Da kannst du halt die, ähm, Flaschen verkehrt rum drauf machen, damit die so abtropfen können. Ist ganz praktisch. Aber ich muss sagen, wir nutzen's halt nicht. Also, nee. Der 21. Dezember enthält, glaub ich, auch wieder so ein Zwölferpack. Genau. Und hier haben wir Snow Blackberry drin. Ach, das hört sich doch gut an. Mal gucken, was da für Geschmacksrichtungen drin sind. Also, ähm, Blaubeere, ähm, Blackberry, Schwarzbeere und Apfel. Okay, also nichts mit Zimt oder sowas. Das heißt, du kannst es auch ganzjährig trinken. Cool. Das, äh, hört sich sehr, sehr lecker an. Auch der 22. Dezember scheint solche, ähm, so ein Zwölferpack zu enthalten. Ja, jedenfalls vom Geräusch her. Und das ist Iced Tea Lemon. Ja, ne? Das ist auch, also, ähm, Blaubeere, Limone und Pfirsich als, ähm, Geschmacksrichtung. Das, glaub ich, auch wirklich sehr gefällig. Jetzt wollen sie es zum Ende in echt nochmal wissen, ne? Am 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, haben wir nämlich nochmal so ein Dreier-Sachet drin. Und zwar ist das ein Micro Light Grapefruit. Und, ähm, ja, da sind drei Stück drin. Das scheint auch so eine Reihe zu sein, wo es halt irgendwie um die Elektrolyse oder sowas geht. Also, ich glaube einfach tatsächlich nicht, dass mich solche Drops jetzt gesünder durchs Leben gehen lassen. Das macht ein Apfel. Aber sie regen halt an, dass man mehr trinkt. Und ich glaube, das ist der Punkt, der dazu führt, dass ich mich dann halt auch gesünder fühle, wenn ich die trinke. Ne? Weil ich halt mehr trinke, weil ich da mehr Bock drauf habe. Und einfach ein weniger schlechtes Gewissen deswegen habe. Sicherlich haben wir am 24. Dezember dann auch unsere Flasche drin. Also, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie auswählen konnte oder so, welche Farbe ich will. Oder welches, ähm, ob ich eine Glasflasche oder eine Metallflasche möchte. Ich habe auf jeden Fall hier eine rote Metallflasche drin. Mit so, ja, dem Muster, das wir auf dem Adventskalender ja die ganze Zeit schon gesehen haben, in Silber. Und hier kann man das Ganze öffnen. Und da ist kein Deckel bei. Also dann, ganz ehrlich, hätten sie doch das hier irgendwie in ein Kläppchen machen können. Das finde ich jetzt sehr weird, bin ich ehrlich. Also das bei einem 130 Euro Adventskalender gehört, das in ein Kläppchen, Leute. Hätten sie nicht so angeben, brauchen das, die hier noch ein 25. Äh, 25. 25. Mensch, Kläppchen drin haben. Und ich glaube, hier haben wir was zum Schreiben drin. Genau, das passt dann zu unserem Kugelschreiber. Was schon wieder ganz cool ist. Das ist einfach ein Pläner 2024. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht sogar dieses Jahr den? Ne, das ist noch ein anderer gewesen. Da habe ich ein Ringenbuch oder sowas. Finde ich auch cool. Habe ich auch schon mal in Anwendung gehabt. Für mich ist es super, weil da konnte ich halt dann meine Tage planen mit den ganzen Videos. Und hier konnte ich mir Notizen machen, was ich vielleicht so in dem Video gerade so akut brauche oder so. Also finde ich, ist eine ganz coole Sache. Zwischendrin ein bisschen Werbung. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ne, ähm, ja, das ist, das ist schon cool. Also, dann hat man hier nochmal so ein Buch mit dabei, was dann natürlich auch hier zu dem Stift passt. Das macht dann durchaus Sinn in der 25. Ja, okay. Jetzt haben wir den Adventskalender einmal komplett ausgepackt. Also, ähm, wenn man den noch nie vorher hatte, dann ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Weil dann kann man mit diesen Tools, die dabei sind oder diesen Non-Food-Artikeln, deutlich mehr anfangen. Wenn man aber schon mal letztes oder vielleicht auch vorletztes Jahr den Adventskalender hatte, dann ärgert man sich vielleicht, weil da die ein oder andere Wiederholung drin ist. Aber wir haben hier sehr, sehr viele von diesen verschiedenen Geschmacksrichtungen drin enthalten. Ich vermisse wirklich den Micro-Tea. Vielleicht gibt es den einfach nicht mehr, aber es hätte einfach so gut zu heilig, also zu Weihnachten, zur heiligen Zeit halt gepasst, ne. Und, ähm, ich finde diesen Becher großartig. Denn das ist wirklich so eigentlich mehr oder weniger mein Highlight, auch wenn ich diese Flasche sehr, sehr feiere. Und vor allem mein Freund, die auch in reger Anwendung haben wird. Ähm, ja. Also, es ist ein schöner Adventskalender. Man muss halt nur für sich selber entscheiden, ist es einem das wert. Weil hier kann ich euch ja mal den reellen Wert einblenden. Teilweise wahrscheinlich geschätzt. Aber, ähm, ja, ne. Ist eigentlich gut. Gut, aber irgendwie, weiß ich nicht. Es ist halt schade, dass hier sehr, sehr viele Doppelungen drin sind. Ich glaube, das ist das, was mich gerade auch ein bisschen nervt, ne. Aber na, trotzdem. Ich freue mich drauf, jetzt in den nächsten Monaten, Wochen, wie auch immer, mir die ganzen Waterdrops zu genehmigen. Weil dadurch trinke ich wirklich mehr. Das habe ich bei mir selber gemerkt, ne. Die ganzen anderen Tools. Also, wenn die jetzt hier wirklich eine Tasche reingepackt hätten, passend zu diesem Band. Das wäre richtig cool gewesen. Da hätte ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Den Planner finde ich eigentlich auch gut, ne. Wie gesagt, aber, ähm, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, mich stört das, mich stört das, mich stört das, mich stört das. Mich stört tatsächlich sogar der Kulli. Und das stört mich auch. Weil 129 Euro sind 129 Euro. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.